Welches Getränk trinkst du am liebsten? Da gibt es natürlich nur ein Getränk, welches da in Frage kommt. Am liebsten trinkst du also Natursitz? Hahaha, total. Ich glaube, ich habe noch nie Natursitz getrunken, aber das klingt wirklich gut. Das ist sicher ein Getränk mit einer schönen Farbe. Stell dir nur mal vor, deine Wände in dieser Farbe zu streichen. Dann würde Luzi reinkommen und sagen... ...durche Farbe, erinnert an Natursekt. Mensch, besten Dank. Schluck. Hehehe, ich habe mir gerade eine Anal-Kräse-Party vorgestellt. Ich habe einen ganzen Tag in der Hose in einen einzigen Schluck geleert. Nach einem schönen Tag bekommt man sicher Heißhunger auf Arsch. Glaubst du, meine Hose hat ein Geschäft, in dem man beides kaufen kann? Bei den Gedanken rufen wir ganz warm ums Herz. 2 A Bis zum nächsten Mal.